Willkommen zu meinen Wien-Tipps, meinen persönlichen Empfehlungen für Leute, die Wien besuchen oder in Wien leben. Wir waren wieder einmal essen und zwar im Pancho, einem mexikanischen Restaurant im zweiten Bezirk in der Blumauergasse. Ich habe mir eingebildet, dass ich da vor 20 Jahren schon mal dort war. Und tatsächlich habe ich jetzt gelesen, dass dieses Lokal seit über 25 Jahren besteht. Und ja, mein Besuch damals ist schon sehr lang her. Ich kann mich nicht mehr erinnern, was ich gegessen habe oder wie die Atmosphäre war. Ich habe schon eine gute Erinnerung, aber irgendwie war ich seitdem nicht mehr dort. Ja, also es heißt Pancho. Ich habe jetzt meine Freundin aus Argentinien gefragt, was das bedeutet, weil ich konnte es im Wörterbuch nicht finden. Und das ist ein Spitzname für den Vornamen Francisco. Und es gibt auch einen berühmten Mexikaner, der so geheißen hat. Das war der Pancho Visha, also geschrieben wie Villa. Das war ein mexikanischer Revolutionsführer Anfang des 20. Jahrhunderts. Ich habe das jetzt nachgelesen. Der ist eben sehr bekannt und möglicherweise ist es danach benannt. Das weiß ich nicht. Aber es ist eben ein männlicher Vorname, die Abkürzung. Und in Argentinien bedeutet es Hotdog. Finde ich auch sehr lustig. Ja, und das Essen war sehr, sehr gut. Das Lokal war leider ein bisschen laut. Also uns war es zu laut, obwohl wir ganz am Rande gesessen sind. Am letzten Tisch war wahrscheinlich angenehmer als irgendwo mittendrin. Aber es waren halt einige Gruppen und es war relativ laut. Aber das Essen hat uns sehr gut geschmeckt. Es gibt alles Mögliche. Enchiladas, Burritos, Fajitas, Tacos, Nachos. So alles typisch Mexikanisches. Und es war gar nicht so einfach, sich zu entscheiden, was man essen soll. Weil es gibt eine sehr, sehr große Auswahl. Und wir haben da mehrmals die Speisekarte rauf und runter gelesen. Ich habe gegessen auf super Sonderwunsch einen nicht scharfen Burrito. Was sehr nett war, weil er war dann wirklich nicht scharf. Gefüllt mit verschiedenstem Gemüse, Sauerrad drüber und ästhetisch sehr schön rosenem Reis. Der ist mit roten Rüben. Oh, sehr gut. Vielen gut. Und du? Ich habe Streifen. Wie heißt das? Rindsteak-Streifen? Rindsteak-Streifen mit rosen Reis, mit Rotter Burger. Rindsteak-Streifen, auch mit Tomaten und Pommes, mit einer Soße. Die war, oh mein Gott, das war so lecker. Und als Vorspeise haben wir Platanus mit einer Avocadosoße. Die war auch urgut, oder? Für die, die es nicht wissen, das sind Kochbananen. Sehr lecker. Aber sehr, sehr große Portionen. Also sehr ausgiebig. Ja, geht es auch ohne Vorspeise, weil mit Vorspeisen, das war zu viel. Wir haben geteilt, die Vorspeisen zwischen zwei, aber trotzdem, es war zu viel. Die Portionen sind riesig hier. Aber gut. Aber es wäre gut, es schmeckt sehr gut. Ich hatte auch die Kochbananen, die frittierten Kochbananen mit Guacamole. Das war schon ziemlich groß, hätte fast schon als Hauptspeise gereicht. Und dann habe ich mir noch bestellt die Nacho-Party. Das waren Nachos mit Käse überbacken und dazu noch mit verschiedenen Soßen, also Bohnenmus, Guacamole. Was war noch? Irgendwas war noch dabei. Das fällt mir jetzt gerade nicht mehr ein. Und es war so eine große Portion, dass ich es nicht aufessen konnte. Ich habe gegessen ein Steak, da war so eine ganz leichte Soße drüber. Ich kann nicht genau sagen, was es war, aber so leicht drüber gestrichen, wie man das sonst macht mit Knoblauchbutter. Dann war dabei Nachos mit einer Guacamole und einen grünen Salat habe ich dazu gegessen. Da war das Dressing auch sehr toll. Und getrunken habe ich eine mexikanische Cola, die sich geschmacklich jetzt nicht allzu viel von der Original-Cola unterscheidet. Also ja, alles insgesamt war sehr gut, hat mir sehr gut geschmeckt, sehr empfehlenswert. Cocktails gibt es auch, aber da haben wir diesmal gar keinen Alkohol getrunken. Da kann ich nichts dazu sagen. Auch die Nachspeisen konnte ich nicht mehr probieren, weil eben die Hauptspeise schon so viel war. Aber da hätte es zum Beispiel Churros gegeben. Das würde mich sehr interessieren, habe ich noch nie gegessen, soll aber sehr gut sein, ist sowas Typisches auch. Ja, vielleicht ein anderes Mal. Das war's für heute. Falls ihr eine Rückmeldung habt oder eine Frage oder einen Themenvorschlag, dann schreibt mir bitte an claudia.wien-tipps.info. Ich freue mich auch, wenn ihr den Podcast abonniert oder die bisherigen Folgen hört auf wien-tipps.info und danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.